Deutschrapper wissen einfach nicht, wie man auf Drill rappt. Es reicht nicht, ein Drillbeat zu nehmen und einfach einen Trapflow drauf zu machen. Das wird nicht nach Drill klingen. Natürlich gibt es ein paar, die es richtig machen. Ich zeige euch gleich ein paar Beispiele. Aber ich meine nicht, wie du deine Stimme einsetzt oder über welche Themen du rappst, sondern der Rhythmus. Was Drill seinen ganz eigenen Sound und Rhythmus gibt, ist, dass der Reim zu 90% immer auf die Eins geht. Ich erkläre kurz. In der Musik zählt man normalerweise bis vier. Eins, zwei, drei, vier. Und der Reim muss auf die Eins. Dann klingt sofort wie Drill. Hier ein Beispiel, wie es nicht richtig ist. Und jetzt mache ich das Ganze nochmal und lege den Reim auf die Eins. Und dann wird sofort Drilliger klingen. Alles nach Plan, ja, ich mache seit Jahren. Aber lege einen Zahnzug für die Ohana. Dein Hasseltfake, nur Fata Morgana. Auch nach 15 Jahren Tabula Rasa.